Gibt es noch mal eine verheißungsvolle Zeit vor dem Wochenende? Können wir uns noch mal freuen auf irgendwas Positives heute? Vielleicht ist das, was wir gerade sehen, ein guter Anfang dafür, dass man doch noch mal versöhnlich ins Wochenende gehen will. Ich habe hier mal einen Ausschnitt, das ist der aktuelle Chart, Minutenchart jetzt hier, um euch ein Verhaltensmuster zu zeigen und wie man damit umgeht. Genau das werden wir nämlich gleich noch mal brauchen. Also wir sehen die starke Abwärtsbewegung, wir haben relativ starke Abwärtsseiten, wackelig nach oben, immer die Fortsetzung nach unten gehabt und irgendwann, vor kurzem, ging es steil nach oben. Seht ihr das? Relativ steil nach oben. Was wir jetzt bräuchten für die Longseite ist idealerweise, man sieht das nicht immer perfekt, aber etwas, was dreiwellig hin und her verläuft. Also wo man sagt runter, noch mal hoch und anschließend noch mal runter. Und dann sehen wir, genau das hat sich hier ergeben. Also ihr seht, ich mache das noch mal hier ein bisschen breiter, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Also ihr seht, dieses Teilstück, zack, Abwärtsbewegung, relativ steil, runter, dann hatten wir hier den Knubbel sozusagen, die Gegenbewegung, dann haben wir noch mal die Fortsetzung hier nach unten. Das ist dreiwellig. Wir haben eine starke erste Bewegung, eine wackelige Gegenbewegung, noch mal eine starke Bewegung, ABC und dann die Zwischenhochs sind dann der zugehörige Trigger quasi für die Aufwärtsrichtung, dass sich das noch mal fortsetzt. So, wer jetzt sagt, ja super, das ist ja klasse, dass du uns auf Minutenbasis, ja viel zu kurz, kann man doch nicht reagieren und zweitens aus der Vergangenheit irgendwas Schickes zeigst, das machen wir zum Augentraining. Das gleiche kann uns heute Nachmittag noch mal passieren, aber vielleicht auf einer Stufe größer. Wie sieht das dann aus? Naja, wir können es theoretisch einfach ein bisschen zusammenstauchen. Ich mache es sogar noch mal groß, dann könnt ihr es vielleicht noch besser erkennen. Und wir sehen, wir sind hier dann eine erste hoch, eine zweite runter, vielleicht eine dritte hoch, eine vierte runter, eine fünfte hoch. Das wäre jetzt idealtypisch, dann hätten wir nämlich hier einen wirklich starken Impuls, so ähnlich wie wir es im Kleinen hier hatten, nur jetzt dann eben auf diese gesamte Bewegung gesehen. Und wenn dann der Kurs abermals wackelig runterkommt, wir denken immer, Korrektiv ist immer dreiwellig, so wie wir das hier hatten, wenn man das Wackelige da mal wegblendet, da ist es A, B, C beispielsweise. Oder aber, wenn man es nicht gut erkennen kann, dann irgendwie was, was mehrfach mit Überschneidung ist. Wenn ihr jetzt sagt, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber dann sieht es halt trotzdem korrektiv wegen der Überschneidung aus. Und, ganz wichtig, wenn ihr dann diese Zwischenhoch durchstößt, können wir noch mal Long gehen. Also vielleicht sieht das heute Nachmittag bis in die Abendstunden sogar noch so aus. Damit hätten wir eigentlich eine sehr schöne Voraussetzung, dass man anschließend die Longseite dann noch mal spielen kann. Vielleicht noch vor dem Wochenende, vielleicht ergibt sich das noch im Rahmen dessen, also dass wir vielleicht noch am frühen Abend irgendwie so ein Verhaltensmuster bekommen. Ich bin hier auf Minutenschart unterwegs und dann bis in die Abendstunden vielleicht noch mal einen Anstieg bekommen. Wundern würde mich das nicht. Voraussetzung dafür allerdings ist, dass wir so ähnlich wie hier im Kleinen insgesamt diese Bewegung wie ein Schub haben. Das heißt, Gegenbewegungen möglichst überlappungsfrei verlaufen und anschließend dann die entsprechende Korrektur. Das würde zumindest mal die Chance anbieten, dass es noch mal ein gutes Stück nach oben geht. Wie passt das denn insgesamt hier in diese Bewegung rein? Naja, die Welt hat schon Schöneres gesehen mit diesem Rücksetzer und den Überschneidungen. Aber da diese Korrektur, die wir hier haben, viel größer, zumindest mal was Zeit angeht, ist, als das, was wir hier hatten. Von der Ausprägung vielleicht nicht so sehr. Vielleicht kriegen wir ja sogar vorne ein Dreiweller, dann die Pause und hinten noch mal ein Dreiweller, so dass wir ein gutes Stück uns noch mal nach oben bewegen könnten. Das sind die sogenannten Double Zig Zags, zwei Zig Zags. Das muss man nicht mit diesen Namen direkt verbinden und sich merken. Aber für die, die das ein bisschen interessiert, vorne ein Zig Zag. Dann kommt eine etwas größere Pause. Das ist das Ding hier. Und danach noch mal ein Zig Zag, Double Zig Zag. Und ihr seht schon, wenn die so ungefähr ähnlich groß sind, das wäre nicht so untypisch, dann würden wir bis 32.400 vielleicht sogar gehen. Und damit sind wir in dieser Zone, die wir ja sowieso schon mal angekündigt haben. Also nicht angekündigt im Sinne, das passiert ganz sicher. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Das weiß ich nicht, ob das passiert. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Und das, was wir hier sehen, was ich euch eben aufgemalt habe, könnte genau dieses Bild eben noch mal geben. Dass wir hier diesen ersten Impuls, das, was ich hier jetzt gezeichnet habe, ist vielleicht eine kleine Form dieses ersten Anstiegs. Und zwischendurch dann immer etwas größere Korrekturen. Denkt immer daran, so in diesem mittleren Bereich vom tiefsten zum höchsten Punkt gesehen. Und dann eben die Fortsetzung nach oben. Die Chance dafür, dass das einigermaßen sich gut auflöst, ist relativ groß. Und das auch deshalb, weil es beim S&P 500 quasi genauso aussieht. Also wir haben da eine ganz gute Deckung. Auch hier für die Geschichte, auch hier haben wir noch eine Menge Platz bis zu dieser fallenden Trendlinie. Ich habe darüber schon gesprochen, warum ich diese hier, obwohl ich eigentlich schräge Linien nicht so toll finde, aber trotzdem wegen der genauen Pass oder der hohen Passgenauigkeit hier, wo ich sage, wundern würde es mich nicht, wenn der Kurs bis da ranläuft. Und da wird dann die Entscheidung gefällt, ob der Kurs wirklich ernsthaft vor hat, durchzumarschieren. Oder ob er vorher schwächelt und dann doch wieder umdreht, was nicht unrealistisch ist. Vorläufig allerdings besteht die Chance für die Longseite. Und das auch deshalb, weil diese Richtung abwärts ist, aber gleichzeitig sehr stark korrektiv. Der Wehmutstropfen dagegen ist, dass das hier ebenfalls nur korrektiv aussieht. Drei Weller, ich habe den Zigzag genannt, vorne vielleicht Zigzag, hinten Zigzag. Ja, das ist durchaus denkbar. Also ihr seht, solche Bewegungen, die wir hier haben, sind gar nicht so abwegig, dass wir sowas in die Richtung bekommen und dann vielleicht Richtung Trendlinie hier vielleicht noch vorstoßen. Je nachdem, auf wie lange sich das noch hinzieht, kann ja sein, dass es ein bisschen breiter noch wird. Und die hintere ist häufig ein bisschen länger. Statistisch gesehen besteht also eine ernsthafte Chance, dass da noch ein bisschen mehr geht. Na gut, also die Hoffnung auf jeden Fall erstmal gegeben, dass die Aufwärtsrichtung vorläufig uns noch ein bisschen begleitet. Auch beim Nasdaq hat man den Eindruck, starke Aufwärtsbewegung. Drei Welle ich nach unten. Ich zeichne das im 5-Minuten-Chart nochmal nach, damit man das sieht. Wir sind einmal runtergekommen, dann gab es eine Gegenbewegung und dann sind wir nochmal bis hier runtergekommen. Und anschließend gab es dann wieder die Aufwärtsbewegung. Und je mehr der sich jetzt nochmal entfernt, da würde ich jetzt nicht mehr einsteigen an der Stelle. Also entweder ist man hier rein, super, oder eben nicht. Dann abwarten, bis die nächste Korrektur kommt, dass man vielleicht die fünfte noch handelt oder danach die Korrektur abwartet. Und danach im noch größeren Stil einsteigt, denn ich weiß, dass viele von euch im 5-Minuten-Chart gar nicht so gerne mit dabei sind, weil das natürlich relativ schnell und kurzfristig ist. Aber zur Orientierung, Einladung an euch. Selbst wenn ihr das nicht handeln wollt auf dieser Zeitebene, schaut euch das auf diesen kleinen Zeitebenen durchaus mal an. Denn das gibt euch gegebenenfalls eine Idee, was als nächstes zu erwarten ist. So, bleibt eigentlich nur noch eins zu gucken, was der DAX noch hinkriegt heute. Ich gehe mal bewusst auf den Index hier und dann seht ihr, der ist ja kurz vor Feierabend. Da ist nicht mehr so arg viel zu erwarten. Aber auch er ist, was diese Bewegung angeht, zumindest mal nicht irgendwie impulsiv. Da ist das, was wir hier haben, deutlich besser. Allerdings insgesamt auch nicht so 100% Azure. Also im Moment habe ich die ganz große Sorge, dass wir vielleicht die Trendlinie so halbwegs nochmal anpingen und dass ihn dann die Kraft verlässt. Warum denke ich das? Weil insgesamt diese Aufwärtsbewegung, die wir haben hier, mir von dem Eindruck her viel zu korrektiv ist. Ich mag völlig falsch liegen. Das kann auch mal korrektiv aussehen und anschließend doch noch dynamisch und stark nach oben gehen. Das ist nicht untypisch, aber es ist halt deutlich, deutlich seltener als die andere Variante und deshalb nicht mein bevorzugtes Bild. Ich gehe also vorläufig für alle Indizes davon aus, dass wir zwar eine ganz gute Chance haben für nochmal ein bisschen nach oben. Ja, das zeichnet sich ja hier in den Nachmittagskursen auch ab. Aber dass wir eine relativ deutliche Chance oder Gefahr haben, dass wir irgendwo im Umfeld dieser Trendlinie, das ist ja nicht jetzt auf einem bestimmten Niveau, das ändert sich ja jeden Tag, weil die natürlich feind ist, ist jeden Tag das Niveau ein bisschen tiefer. Aber sie ist leicht selbst zu bauen, wenn ihr irgendwo einen Chart euch mal anguckt, könnt ihr das ganz gut abschätzen, dass wir da ernste Chancen haben, dass der Kurs doch nochmal abprallt. Denn bislang ist dieser Anstieg noch nicht so deutlich. Das kann sich allerdings noch ändern, wenn Anfang November die Notenbank jetzt doch noch sagt, nee, alles gut, macht euch nicht verrückt. Dann kann es durchaus dazu führen, dass hier nochmal eine heftige Bewegung auftaucht. Wundern würde es mich nicht, aber bis dahin wäre das nur rumgeraten. Und dementsprechend ist es vielleicht sinnvoll, sich hier auf die kürzeren Ideen zu fokussieren, insbesondere wenn die manchmal ganz klares Bild eben zeigen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi, toi, toi für den heutigen Handel und ganz liebe Grüße. Und dann schauen wir euch noch wieder hin.